Und damit herzlich willkommen zurück bei Lucky Survival Games mit mir, dem Goro bei und Nephias, der natürlich überhaupt nicht zu melden hat. Goro ist voll abgehoben, seitdem er 2400 Abos hat. Seitdem ich 2400 irgendwas hab. Er hat auch gesagt, er muss jetzt die Ankündigung machen, sonst macht er mit mir nix heute. Ne. Nephias ist mir eigentlich auch schon zu klein, ich mach nur so mit 100.000 Leuten. Nephi, ich hab zwei Steinschilder für uns. Ich hab eins auch. Und ne Rüstung. Wo bist du? Und dann leg ich die Poisoned Potato wieder rein. Okay, das ist ein Deal. Wo bist du denn? Hier. Hinter, links. Volle Rüstung hat er. Ne. Der Nase weiß. Möchtest ein Hütchen haben? Ja, komm, aber lauf. Ja, hier. Lauf. Willst du snacken oder was? Das ist eilig. Ja, ne Angel hab ich auch. Ich will die Runde schnell beenden, damit wir... Ich dachte, du stirbst da. Das ist ein Schwamm, Nephi. Gönn dir. Ja, hab ich gesehen. Noch ein Steinschwert gekriegt. Drei-Schwerter-Stil. Du bist gestorben. Mit voller Rüstung. Fandst du geil, ne? Ich fand's eigentlich gar nicht so witzig. Das ist eigentlich traurig. Vor meinen Augen das Beste wäre noch gewesen, wenn ich auch noch mit dem Loch gestanden hätte. Wenn du immer so kuschelst, wie immer sonst auch. Hast du dein Dier-Schwert? Ja. Gib ihm. Jawohl, du hast ein Dier-Schwert. Mein Dier-Schwert? Ich hasse diesen Block. Der ist so unfair. Wie du den Abgang gemacht hast, war geil. OMG, Gorobai. Omk. Achso, das könnt ihr ja nicht lesen. Was wolltest du schreiben? Geschrieben, der Echte? Oh, der ist ja nicht tot, der das geschrieben hat. Der Echte? Screen? In der Runde? 12 Euro. Ich bin jetzt abgehoben. Schreib nicht die ganze Zeit mit dem. Inventar getauscht. Zum Glück hat er da auch ein Dier-Schwert. Oh, God. Aber ich muss halt die Dinger machen, weil ich die Rüstung brauche. Ah, nichts drin. War die leer? Ja. Ey, rechts. Hallo, Liebling. Hallo, Liebling. Wenn sie dich vorher sieht, bist du dran. Sie hat Rüstung. Dann willst du jetzt wissen, ne? Du brauchst die Rüstung, ne? Oh, sie hat dich gesehen. God. Oh, sie will dir Sachen geben. Ich dachte zu Hause, sie. Oh, ich dachte auch kurz. Ich musste mich auch kurz beherrschen. Deswegen, dass ich ihr keinen mitgebe. Aber wie geil, wenn du ihr hinterherläufst und sie töten willst, sie dreht sich um und du so, Frieden, 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 Frieden. Erst war so, die kriege ich, die kriege ich, Frieden, Frieden, Frieden. Oh nein. Oh nein. Warst du in einem Kampf verwickelt, weil du das Herz verloren hast? Ja, ich war sehr kurz in einem Kampf verwickelt. Ist die Person tot, oder was? Nee, ich war zu überrascht. Das war schön. Okay, Frieden, 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 Frieden. Ich habe das von oben gesehen. Ich sehe nur, wie du mit dem Schwert so wackelst. Mit seinem panischen Blick so. Nein, 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 nein. Ich meinte es nicht so. Recht zwar nicht warm, du bist dran vorbeigelaufen. Oder traust dich nicht mal. Frieden, 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 Frieden. Okay, die mache ich fertig. Okay, Frieden, Frieden, Frieden. Vor allem, wie lange du das auch gemacht hast. Ich dachte, die hätte mich getötet. Die kommt näher und du noch hektischer so. Nein, 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 nein. Frieden, 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 Frieden. Oh, wenn sie die Folge sieht, bereut sie es. Oh, du brennst. Linkstes Wasser. Hey, das ist ein neuer Schwamm. Versuch nochmal. Das wäre geil gewesen, wenn du jetzt wieder gebrannt hättest. Wäre ich gelieft. Oh. Oh. Abschneiden. Fly on the wings of love. Fliege gerade gut. Fliege bis in die Mitte. Okay, vielleicht auch nicht. Nein, Goro. Nein. Du bist so ein Arsch. Oh, dann kriegt er sie nicht mal. Oh, jetzt hat sie getrunken. Wie kann hier denn so schnell der Wix sein? Vielleicht hat sie einen Speedtrank. Oh. Das ist gemein gewesen, Goro. Ich bin ein Highlander. Hier ist nichts gemein. Nicht mal ein Helm. Lederhelm. Mal gucken, ob sie gleich im Chat ragt. Sie schreibt gerade, das nehm ich dir übel. Nicht nett. Voll ausgerustet. Ich mach immer Screenshots, wenn ich das nicht mache. Pierre, das Match startet gleich. Allein das nehm ich dir übel. Sie schrieb auch im Chat, nicht nett. So ist halt das Spiel. Wenn sie da an die Feuerheit Sachen gegeben hat. Das war schon gemein. Wie oft sie mich rausgeschmissen hat. In einer sehr guten Aufnahme. Das ist alles Payback. Teilweise war ich so stolz darauf, auf die Erschwerte, die ich hatte. Payback. Oh, Goro. Du bist ja mit der besten Ausstattung. Und verkackst. Und verkackst es, weil du kombot wirst. Ach, ja. Ist sie noch drauf? Wir sehen uns dann im nächsten Part von LuckySG, während die sich hier die Köpfe zerhauen. Tja, schenkt mir leider keine Sachen. Das ist, wenn ihr das bereut. Tschüss. Ciao.